servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es ist mal wieder ein bisschen twinking time heute und zwar habe ich gerade meinen demon hunter auf level 60 gezogen und was wir in diesem video machen wollen ist mal so richtig rein gambeln für hier wir gucken oder als beweis play ich bin drei minuten auf level 60 zum aktuellen zeitpunkt haben item level von 123 und habe schon mal ein bisschen krams geschickt ja das habe ich aus einer instanz bekommen von einem netten mitspieler dann habe ich fünf tun mit tapferer ausrüstung also die für tapferkeitspunkte dann habe ich noch quartianisches zeugs und ich habe auf twinks noch genug stiegier um anderes zeugs zu kaufen also mal gucken wie weit wir kommen jetzt mit gier ich würde sagen wir fangen als erstes an machen wir mal so eine truhe auf hier gucken wir mal was da drin ist braun können wir eigentlich so ziemlich alles rüstungsset des klingentänzers schmuck wenn wir für zwei minuten rüstung des klingentänzers anwasser rüstung und 238 erhöht das klingt doch schon mal direkt eigentlich ganz geil da muss das gute 120er gladiatoren abzeichen des neulings weichen und wir klettern direkt mal wie viel item waren das jetzt sechs item level nach oben guter start guter start manchmal die nächste truhe auf alter alter what the fuck unergründliches quantengerät das ist doch ein joke das ist doch ein joke sonst kriegt man so zeugs nie wenn man es braucht holy shit also jetzt mal fernab davon ob das gut ist für tank oder nicht aber ja läuft ne dann machen wir als nächstes dieses accessoire auf gucken jetzt bräuchte ich ein ring jawoll ring des bediensteten mit haste versa auch noch perfekte stats quasi sehr sehr geil hat sie mal den aus item level 140 also bisher läuft richtig sah nicht das können wir schon mal sagen nächste truhe gucken zick hüftgürtel der dunklen hingabe mit versa und mastery lassen wir uns schmecken da geht er 122 gürtel weg wir sind item level 145 also das läuft gerade richtig geschmeidig jetzt können wir uns noch eine 2 eine waffe eine gute kriegsklebe des archivwächters auch versa drauf läuft wird direkt gegönnt ja das macht doch schon mal einiges aus wunderschönes model dann hätte man theoretisch kann man auch einfach so anziehen die handschuhe hier und den kopf damit sind wir auf 158 so nächste truhe please gibt was gutes was wir noch nicht haben blut bespritzte schuppe ein nächstes trinket holy shit das gibt es doch gar nicht wie viel trinket sich heraus ziehe absorbiert schaden ich würde jetzt mal behaupten dass es nicht was davon besser ist aber das gibt ein absorb shield ich glaube das ist für die für die defensive ein bisschen besser aber nichtsdestotrotz das konnten die gerät natürlich super sexy und jetzt noch bitte kein trinket und wir kriegen noch einen umhaken krit tempo auch den lassen wir uns schmecken und sind auf 162 damit haben wir schon mal knapp zehn item level gemacht holi r10 fast 40 item level gemacht holy shit das geht mal richtig steil gerade und jetzt log ich kurz um denn wir können da noch ein bisschen mehr raus zaubern so damit sind wir dann wieder zurück und haben jede menge tolle post von meinen twinks ich habe alles die ja jetzt weg geplündert ich brauche eh nichts mehr wirklich und wie viel haben wir jetzt insgesamt sechs token noch mal also das könnte uns noch mal einen richtigen buskel ich hoffe ich habe jetzt nichts doppelt gekauft ich glaube aber nicht so wir fangen an machen wir mal die beinschützer für item level 200 da habe ich 146 mit wörser drauf perfekt 165 dann noch eine waffe denn damals war eine 158 aber natürlich die soll weg so zack hammer zwei waffen das macht auch schon mal viel aus dann schulterstücke tempo mastery gegen 146 sehr schön damit sind wir 171 dann stiefelchen die werden uns den dicksten bus geben weil da habe ich noch 82 holy shit so das pumpt uns auf 178 sondern haben wir noch einen brustharnisch zack das gibt uns noch mal einige item level dann sind wir auf 183 glaube das waren jetzt 60 item level die wir in der kürze der zeit gemacht haben das ist echt echt garstig beziehungsweise richtig richtig geil freut mich sehr und dann haben wir zum schluss noch wobei mir einfällt ne passt glaube ich haben wir noch einmal dieses accessoire für theoretisch einen ring ich hätte noch die armschienen kaufen können tatsächlich halskette gab es nicht zu kaufen jetzt müssen wir hoffen dass wir noch mal einen ring bekommen ansonsten sind wir da dann gut ausgestattet und das ist ein ring herrlich so damit sind wir item level 189 und wenn wir es jetzt ganz auf die spitze treiben wollen würden steht hier einer mit einem aha und leider nicht könnte ich mir jetzt noch im auktionshaus eine halskette vom juve kaufen und dann hätten wir das auch noch abgerundet aber richtig richtig krass da wird es nur bei den armschienen reingesackt beziehungsweise da hatte ich nicht genug Stigia noch für um mir die zu kaufen und ansonsten sind nur noch wirklich der kopf und was waren es die handschuhe blau mit item level 184 alles andere ist 200 oder höher das ist schon ziemlich krass also wie ihr seht es lohnt sich ziemlich sich über Stigia oder sonst was diese token zu kaufen wie gesagt man muss auch ein bisschen glück dabei haben ja aber nichtsdestotrotz das geht schon ziemlich gut steil und wir haben halt keinen einzigen pfennig ausgegeben das können wir jetzt noch theoretisch machen verschiedenes hals so was haben wir da die 200er halskette gibt es für 1499 smackers die kaufen wir uns jetzt mal so und dann haben wir noch handgelenke was kosten die 200er kosten 4000 gold ist es mir das wert ja komm wir haben sonst nichts ausgegeben da kann man das noch mal schnell machen so haben wir die auch noch gesaved gegönnt jetzt legt man das schön an so armschienen 200 halskette 200 zack erfolg überragend und wir haben genau item level 200 mit ausgegeben jetzt was waren es 5500 volt oder so und mit einer spielzeit von 11 minuten auf item auf level 60 also das geht schon ziemlich ziemlich gut steil ist auch direkt ein schöner boost da macht es denke ich auch jetzt direkt mehr spaß zu spielen und was halt auch der fall ist man kann jetzt so gesehen theoretisch direkt in mythic indies rein starten ohne dass man da jetzt irgendwo mit hc rumpimmelt oder sonst irgendwas weil das ist was das macht mir selber nicht so wirklich viel spaß den weg zu gehen über weiß ich nicht erst ewig normal noch grinden und dann hcs und dann da ist mir das so wesentlich lieber also ihr seht patch 9.1.5 macht es möglich sehr sehr zügig ohne wirklich gold auszugeben im item level dicke dicke sprünge zu machen und jetzt freue ich mich drauf los spielen zu können in diesem sinne danke fürs zusehen bis zum nächsten video ach so übrigens das waren jetzt knapp 80 item level die wir gemacht haben so viel dazu danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da und damit bis zum nächsten video reingehauen bis zum nächsten video